Hast du dich schon gefragt, was wir hier machen? Du bist ein Business Consultant. Unsere Klienter sollte sagen, congratulations, Leute, du hast dieses secret Weapon gefunden, um meinen motherfucking-Kompetitor zu machen. Dank an dich, kann ich ihn jetzt in die Suppe holen. Ist die Krawatte zu gelb? Du bist der Schönste. Du bist der schönste Arbeitslose in ganzen Lirien. Da draußen ist Krieg. Vielleicht hat irgendein Kopftuchmädchen ihren Jungfrauentest nicht bestanden. Jetzt gab es eine Massenvergewaltigung oder eine Steinigung, was ist doch hier so üblich, oder? Schau doch mal in deinen Reiseführer unter Jungfrauentest. Du sollst uns bewerten. Wolltest du mit ihr hinter meinem Rücken gemeinsame Sachen machen? Auf die Company! So, damit erkläre ich den offiziellen Teufel beendet. It's boogie time. Da kann ich mit Kritik umgehen. Ist das witzig? Are you not my friend? Ich hab die so geleckt. Du hast sie geleckt. Willst du mir das jetzt als Entwicklungshilfe verkaufen? Wie geht es weiter? Da ist was grundlegend scheiße gelaufen. Löse raus, ja. The machine guns, ratatatatatata. What is it? The people are crazy here. People are crazy here. Wenn es was ernstes wäre, dann hätten sie uns längst rausgeholt. Die deutsche Botschaft, oder was? Nie das Goethe-Institut, Bianca. flerandw rutzt, und dassen nichtFF themselves know. Das W Buzz aus, scherz – glanzig. Man, wenn man Autoha ist, yapılverte. исlebb- están